Hey, ne, warte mal. Die kommen immer raus aus Herzen. Ja, aber ist ja kein Problem. Ich komme aus allen, da musst du nicht drauf gucken. Ach so. Ja, die sind ja kein Problem. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Eisen für eine Tool Forge. Das ist korrekt. Was ist das hier für Zeug? Ich habe keine Ahnung. Und noch Geo, 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 Geo. Was ist das mit den Geo überall? Zwei, drei Stück. Ja, null Problemo für dich. Hä, wie kommt denn der? Wieso kommt der raus? Weil der aus... Oh Gott, ich habe nur ein halbes Herz. Das ist nicht gut. Ich habe nur noch einen Matten. Hast du noch einen Matten einstecken? Ich muss nämlich so nach Hause fahren. Ich schleiche mich nach Hause. Oh Gott, Micky, was machst du? Du bist unter 500 Maiskörnern. Da ist Wasser reingekommen. Wo kommt das her? Ich weiß nicht. Ich gehe mich mal ausleeren. Aber jetzt haben wir wenigstens eine vernünftige Kampferin. Geht gleich los. Ja, endlich. Oh Gott, nein. Aber habt ihr einen Knall? Was ist denn los? Ich bin bei 39. Was? Ich bin bei 40. Haha, ich bin besser als wie du. Hahaha. Du bist Famer. Ich bin Famer. Ne, ich finde es ja interessant, dass die Leute gar nicht ihr Dings horten wollen. Finde ich gut. Ja, wenn schon mal sowas ist, dann... Muss man das auch ausnutzen. Alter, das wird jetzt einfach nur noch... Eigentlich hätten wir gleich ein Dings machen können. Einfach nur, wir öffnen Lucky Boxen. Bauen uns eine Arena und öffnen die Dinger. Ja, hier sind so viele dunkle Stellen. So, ich schmeiße hier erstmal den ganzen Kladderadatsch hier rin. Das hat der Old Bull nicht schön gebastelt hier, muss ich sagen. Ne, ich bin auch nicht so der schöne Bastler. Das ist ehrlich, das ist auch noch total... Ja, jetzt geht das natürlich gleich weiter, ne? Mermaid haut gleich wieder mal 10 Punkte raus. Ah, ich habe so viel Koppel. Warte mal, wir haben doch vorhin so viele Flaschen gehabt. Ach, die hast du alle verdonnert, ne? Ach, ne, die waren ja in der anderen Welt, verdammt. So, jetzt welche und so, meine ich. Ich würde mal anfangen jetzt hier, äh... Okay, ich bringe mal ein bisschen Holz mit, damit wir uns eine kleine Kiste bauen können. Die muss aber ein bisschen weiter wegstehen, ne? Nicht, dass sie explodiert. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal den Boden ausgleichen. Da wird auch ein Kran Rot haben. Theoretisch gibt es ja von Iron Chess auch eine explosionsresistente Kiste aus Obsidian, äh, wird die gebaut. Lucky! 42! 42 Kisten! 42! Kann das jemand überbieten? 42? Hör ich 43? Hör ich 43? Ähm, ich bin bei 40. Äh, und Yugi, nein, ich kann keine, äh, commands machen, wo man sieht, wie viele Blöcke ich noch aufmachen muss. Ne, das... Da müsste man ja ein komplettes Programm schreiben. Ja, das ist das Problem. Wir schreiben uns das, äh, wir haben, wir sehen, wir sehen, wie viele generell das gekauft haben. Also ich sehe jetzt 43 haben es generell schon gekauft und ich habe eine Strichliste gemacht und ich habe schon 13 aufgemacht. Das heißt, da kommen jetzt noch ein paar, aber wir brauchen ein bisschen einen Raum. Mhm, mhm, 41. Ich muss mich doch noch überholen. So, ich weiß auch die Lucky-Blocke, äh, hier mit drin. Das Problem ist, uh, einzeln. Okay, Tenji, wollen wir los? Warte mal, ich nehme mal die Erzeige raus. Stürt! Ach, du hast wieder ein Geo. Oh. Oh, da habe ich die Fackel erwischt. Da ist noch der Kopf. Ja, nimm mit. Ich kann ja nicht, ich bin übelstig. Ach so, ich hinten ist die Kiste, ich habe da extra die Kiste hingestellt. Und hier sind wir überall ganz viele rote Kreuze. Da ist ein Fake Iron. Genau gesehen. So, wo ist jetzt hier? Da. Am Eingang ist die Kiste. Alter, das wird so, das wird so episch. 45 Lucky's, Alter. 45. Tin, Eisen, Osmium. Oh Gott. Alles Wichtige kommt da rein. Ihr müsst uns aber auch ein bisschen Zeit lassen, damit wir auch mal was bauen können oder so. Wäre nämlich auch ganz cool. Wir kommen da nicht mehr dazu, irgendwas zu bauen. Oder wir machen das so, dass wir immer mal so eine Stunde bauen und dann eine Stunde den Lucky-Block offen lassen. Das klingt aber sehr interessant. Eine Stunde bauen, eine Stunde Lucky-Block. Wie lange streamen wir heute noch? Ach so, stimmt. Wir haben es schon wieder 19 Uhr, ne? Nee, das klang halt einfach so, so, ja, eine Stunde machen wir das, eine Stunde das. Ja, können wir ja machen. Machen wir halt 24 Stunden streamen draus. Ein Krimi, Tenji schon wieder tot. Ich glaube, der, der das größte Problem damit hätte, wäre ich. Ich habe aber kein Essen, ich muss dann auch noch mal essen gehen. Und ich morg' noch ein paar Termine vor mir. Alter, der sieht so geil aus, ne? Keine Schule, aber Termine. Ich muss aber trotzdem noch mal zurückbringen, essen. Falls wir noch Essen haben. Ach so, dann haben wir hier, an die Wand. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Ähm, ja, gerne. Eisen habe ich mal mitgenommen und Osmium. So, was mache ich denn für ein Quatsch? Mh. Zificulti, 4,7. Das wird ja lustig, was da für Viecher rauskommen wäre. Die werden ja immer stärker dann. Okay. Din, 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 din. Also, Crafting Table, schon mal ran. Und ich baue uns noch ein paar Kisten hier hin. Wobei das nicht allzu viel Sinn hat, hier Kisten zu machen, weil die werden ja sowieso sprengen dann irgendwann. Mh, wahrscheinlich. Wenn wir wieder irgendwelche Witterviecher hier gespawnt kriegen. Ach, das war ja auch sehr intelligent. Ja. Rydbe, du bist sehr intelligent. Danke für dein Follow, Sniper. Das hat er bestimmt gerne getan. Ich hoffe es. Hoffe ich doch. Ich hoffe es. So, ich bin, ich bin, äh, nee, ich wollte essen. Ich bin nur wegen Essen hochgegangen. Oh, danke, Mamuda, für dein Follow. Hörter, bei denen geht es gerade ab. Da kommt der Follow eins nach anderen. Haben wir überhaupt noch essen? Weil die Essenküste war ja hier. Geht das noch auf? Nee, das geht nicht mehr auf, verdammt. Aber es war echt. Alter, das wird knapp. Ich hätte die halt schon gerne da gehabt. Aber egal, dann machen wir das halt so. Machen wir die halt da unten. Alter, 13. Essen müsste da sein, ja. 13 Blöcke. Bist du, dass der da oben gerade rumrennt? Du hast zwölf Blöcke gemacht, ne, bis jetzt. Du fängst dann diesmal wieder an, da hast du 13. Und dann sind wir wieder ausgeglichen. Ja, ich habe auch einen Pullover bekommen. Hehehe, Mamuda. Ich bin bei 48. Vor zwei Minuten. Oder jetzt kommt... Ich komme da gar nicht mehr hinterher, hey. Wir können den ganzen Stack gleich aufmachen. Für die Zukunft schon mal. So, ich mache mal kurz, aber vorher noch eine kleine Räucherpäuschen. Also Chem-Raucherpause. Jetzt. Ne, ich will mal nur Kippe drehen. Dann geht es gleich weiter, es geht ja, fax. Fick, fick, fack, sie. Ja, mit Sachbeschermin, dann fertig bist. So. Weil diese Kippen aus dem Laden, die fertig getreten, da ist so viel Scheißdreck drin. Also noch mehr Scheißdreck, wie das, was eigentlich drin sein soll. Deswegen drehe ich lieber selber. Ja, also Parfüm-Scheiß, der da drin ist. Hm. Hm, Parfüm, damit die auch gut riechen. Ja, Aromastoffe und was ist was alles. Lecker, lecker. Ja, und weil Tenchi nicht untätig gerne rumsteht, gräbt er wahrscheinlich noch ein bisschen aufholen. Damit was wir da zerstören können. Alter, das hört sich so ein bisschen an, wie so im Dschungel hier gerade. Okay. Was ist das denn hier? Das sieht so scheiße aus. Was ist denn das? Muss schön aussehen. Hier muss schön sein. Okay. Huch, was war jetzt mit dem Mikro los? Das klang auch immer anders. Ich sage ganz kurz, so richtig hell. Ja. Ja, weit weg oder? Schön, dass ich das noch richtig voll schön gemacht habe. Habe ich das jetzt noch richtig schön gemacht jetzt. Oh, Tenchi, du musst doch einen Teppich auslegen. Ja, na klar. Warte, warte, ich habe, warte, ein, was muss ich noch bauen. Ganz wichtig. Und zwar, der heilige, der heilige Podest. Ja, habe ich mir fast gedacht. Warte, war auch mal anders. Da müssen wir jetzt eigentlich noch Treppen basteln oder so. So, noch Treppen ringsherum. Der Altar für die Blocks. Und Fackeln an die Seiten. Ah, so viel Fackeln habe ich nicht dabei gerade. Okay. So, ich werde hierbleiben und du kannst deinen Block aufmachen. Warte, ich habe noch eine Idee. Na, Treppen, aber da müssen wir, wir haben ja leider, ach, wir haben ja ein Crafting-Teebel hier. Oh, lol, da können wir Treppen ringsherum machen. Das mache ich ja gerade. Geil, und ich werde mir in der Zeit etwas gönnen, einen Schluck von diesem gar köstlichen. Aber nur von vorne. Okay, so. Okay, fangen wir an? Ja. Oh, 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 oh. Also, ich habe 46. Okay. Komm, was Gutes, was Gutes, was Gutes. Was Gutes? Nein, da, oh, oh, oh. Nein, nein. Tja, entscheiden Sie sich, Ultbull. Das sind vier Blöcke da drinne und, ähm, ja, das, das gehört alles zu dem einen. Wie ekelhaft ist das denn jetzt? Yes, you can. Das ist doch ein Goldblock. Ja, ich wollte gerade abbauen vorher. Wollte mal, machen wir mal hier. Nee, mit Eisen, mit Eisenspitzhacke musst du die abbauen. Ja, ich mache nochmal hier, damit man das auch sieht, was der Ultbull da schön ist. Das ist natürlich im Arsch, ne? Ach so, ja. Na klar, damit noch mehr. Nein, oh, oh, oh. Er hat schon das erste aufgemacht. Und? Ich habe schon einen aufgemacht. Da waren 15 Gold drin. Geil. Gott, kriegst du aus einem gleich noch mehr raus. Ja, der Podest, oh. Oh. Helen? Helen the Legendary. Oh, der möchte, Alter, wir brauchen bloß Diamanten, dann können wir ein Diamanten-Dings bekommen. Oh, geil. Geil, ey, komm weg, der Ei, komm, ich behalte mal hier. Na, geh mal weg. Schieb wir hier in die Ecke und dann bauen wir ihn ein. Na, hier ist auch eine gute Ecke, oder? Komm, geh, geh, geh. Jetzt geh doch mal in die Ecke, ab in die Ecke mit dir. Geh in die Ecke? So. Okay. So traurig. Helen ist drin. So. Oh Gott, das ist noch nicht fertig. Nächste, 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 nächste. Oh, ein Zombie-Hirn. Oh, ein Zombie-Hirn. Toll, da ist jetzt der Kahan wieder drin. Ich würde... Dann hast du jetzt deine 13 geschafft. Den, 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 so. Äh, 13, ja, das war nur 13. Also da oben kann man was spawnen drauf, das ist ein bisschen doof. Hm, wo kann was spawnen? Auf dem gelben Block hier. Die ist jetzt doof. Warte, dann mach mal einfach da. Okay, nächste. Ey, das war noch mal. Ach so, du machst das, okay, da. Das ist deine 15 jetzt. Nochmal 14. Was ist denn das? Alter, was? Mandrakes, jetzt wird es gleich schlecht. Alter. Nein, die sind kleiner geworden. Ne, neben dir ist noch so ein Typ gespawnt. Die sind trotzdem kleiner geworden. Das sind Alraunen sind das. Und da ist noch ein Geist hier. Ein Phantom. Okay, das Phantom ist weg. Mir wird so schlecht. Ich muss gleich kotzen. Ich muss gleich kotzen. Ich kann den Mandrakes nicht anvisieren. Okay. Endlich sind die alle tot. Aber was ist denn das so geiles Zeug? Ich sammle einfach mal ein bisschen ein. Ihr bist schon wieder kotzen. Ja, bei mir nicht. Die haben ja mich nicht angegriffen. Die sind ja alle auf dich losgegangen. Was habe ich denn geiles gekriegt? Was ist denn das? Mandrakes Roots und Mandrakes Scenes. Da kann man die wieder anpflanzen. Special Bolt. Oh, was ist das? Möchte ich natürlich anpflanzen. Das ist ganz wichtig. Oh, oh. Ich habe Special Bolt. Das hatte du alles immer, dass du so kriegst du mal auf den Sachen. Komm jetzt, das macht's. Das macht deine Kiste auf. Ach so. Okay, kannst du nur einmalig verwenden. Das ist wie ein Endeauge. Okay, mach deine Kiste auf. Okay, okay, okay. Ich töte ihn. Ich töte ihn, wenn du das rauskommst. Ich bin bei 3,49 mittlerweile. Ich bin schon... Du hast mehr als ich, hä? Player in Desist, Whisper. Listen to me, Wolf. You are a grave danger. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Wo? Hier, dahinter. Aha. Hä? Warte mal, warte mal. Der hat einen Text gespawnt. Ähm, you are in grave danger. So, haben wir weißt. You need to run now. Take the mushroom and try your only hope. Und versuch deine einzige Hoffnung. Bist du vergiftet oder was? Bist du... Ich bin gar nichts. Ich verstehe das gerade nicht. Ja, guck doch mal, was dein Chat dazu sagt. Ich baue schon mal meinen Lucky Block auf. Ja. Ah, wunderschön. Oh mein Gott. Ähm, keine Ahnung, was jetzt noch passieren soll. Vielleicht kommt es irgendwann. Nur ein Pilz, sagt es aber mir. Only hope. Okay, Leute. Ich werde aufmachen. Ich mache auf, ich mache auf. Puh. Ja, ein Kuchen. Das ist der Kekerei. Und nicht, dass es wieder ein Bambus und ein Bambus und oben kommt. Ein Bambus, ne? Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Okay, es war mein 15. Geil. Vielleicht machen wir mal hintereinander. Ich bin bei 50. Alter, ich bin bei 48. Vielleicht so. Jeder macht immer 5 nacheinander. Da kann ich besser zählen. Das ist jetzt auch einer von deinen 5. Ja. 16. Schön. Bilder. Bilder. Wir können unsere Wand ausschmücken hier. Da. Oh, schön. Und da. Und da. Und da. Es wird immer schöner hier. Es wird immer schöner hier. Es ist ein Kuchen. Alter, wie es ruckelt in das Kastro. Nächste los. Los, Bullfahrer. Du kannst es. Du schaffst es. Gerade die FPS sind, glaube ich, ein bisschen. 24 FPS habe ich gerade nur noch. Das ist ein Haufen Wale über uns. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube auch. Oh, Obsidian. Da kann man unsere Verzauberungstable machen. Ab in die Truhe damit. Ja, warte. Das war dein zweiter von den 5. Ja, der dritte steht da schon. Einmal, wir kommen hier nicht hinterher. Das schaffen wir einfach nicht. Wenn man doch mehr Punkte machen soll. Ja, das ist eigentlich ein Liebestier. Aber es steht im Weg. Aber es steht im Weg. Es ist gut, aber es ist nicht schön. Aber es gibt Fleisch und Wolle. Das war dein dritter. Komm, zwei noch. Okay, 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 okay. Schallplatten. Geil, komm in die Ecke setzen und gleich Musik anmachen. Da können wir gleich Musik machen. Es wird immer schöner hier. Es wird immer schöner. Geht in den Nether mit den Obsidian. Ach so. Wir könnten auch im Nether die Dinger öffnen. Ja, ist ja geil. Danke fürs Follow, Marvin. So, einen musst du noch machen. Ja, ich würde gerade noch einen Ofen bauen, dass wir das Fleisch, was wir gerade bekommen haben, gleich kochen können. Jetzt wird er richtig schon eingerichtet hier. Da soll nicht gleich alles kaputt gehen. Hast du zufällig noch ein bisschen Kohle? Ach, hier unten. Mahelen, The Legendary ist hier, leckerer Kuchen ist da, alles da. Musikschallplatten habe ich in die Kiste geschmissen. Das sind ja noch ein paar mehr. So, das war Nummer drei jetzt, ne? Oder vier? Das war vier, ja. Eine hast du eine noch. Dann hast du 20. Wow, noch im Brunnen. Wow, da war das Eisen. Nein! Der hat jetzt auch mal ein Loch reingemacht. Nein, ist ja alles dunkel. Die Fackeln. Der Gino ist kacke. Die Musik ist doch ein bisschen lauter. Ich werde die nachher ein bisschen leiser machen. Ja, ich glaube auch. Bei mir schreien sie, glaube ich, auch gleich. Alter, da ist ein riesiges Vieh da oben im Wasser. Ich habe gar keine Blöcke dabei, zum zumachen. Aber ich habe einen Gold-Nugget bekommen, das Gold-Coin, und den muss ich da reinwerfen, in den Brunnen. Ähm, werden wir gleich tun. Ja, das soll eh nur gehen, wenn es dann am Tageslicht steht und so. Ne, 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 das hat vorhin auch funktioniert. Aua, was? Ähm, ich bin, was? Ich bin ersoffen? Ich war doch die ganze Zeit so, 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 so. Ne. Ja, und dann, und dann, und dann kommt das Geräusch. Klasse. Ich mache hier die Blöcke auf und es schließe. Aber ich war doch die ganze Zeit so in diesen, diesen freien Stellen irgendwie. Was ist das denn? Verdammt. Mist, ey. Und ich bin schon mal erachtet, ich muss auch noch jetzt, also, äh, Ultimo hat gerade mal 20 Blöcke aufgemacht, ne? Eins, zwei, drei, vier und fünf. Ich sehe gerade nicht, wo... So, ich muss meine Sachen jetzt holen. Wo das hoch... Ah, hier ist ein Haufen. Da sind überall meine Sachen und ein Haufen Fackeln. Die Musik ist hier. Ah, voll schön hier. Da ist mein Kopf. Ganz wichtig. Kopf muss mitgenommen werden. So, okay, 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 okay. Ist überall noch offen, da oben, ey. Ist alles noch offen, das ist total kacke. Ja, ich habe ja gut oben schon zugemacht. Ich wusste gar nicht, ja, pass auf, dass du nicht auch was sollst, ey. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Bist du, bist ein ganz schön harter, du. Ein Loch haben wir noch. Bist du? Ja. Jetzt sollte da nichts mehr rauskommen. Sehr geil. So, Options. Ja, die Musik. Komm, wir machen mal ein Geiles. Ja, Musik ist ja auch. Ach, Shootbox, die kann man extra regeln. Ja. Manchmal 30. Aua. Aua. Wunder gesprungen, KW. Da haben wir jetzt Eisenblöcke, die kann man die mit, die kann man bestimmt nicht mit Steiner bauen. Ja, warte, 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 nicht wegmachen, nicht wegmachen. Es ist immer noch mein, mein Lucky-Ding. Ich musste mich hier in den, in den Wunschbrunnen, einen Köln, äh, Kölnrein. Aua, Alter. Ja, und nur, was jetzt, was jetzt? Die Wünsche werden wahr, sagt er. Ja, die Wünsche. Wünsche. Das ist in Köln wieder rausgenommen. Ja. Irgendwas mit Power ist hier. Ja, das ist egal, das ist vorher schon eingestellt. Wo ist jetzt der Podest? Das geht nur einmalig. Wo stelle ich da jetzt meinen Lucky-Block hin? Ja, wir bauen das Ding einfach ab hier. Ja, warte mal, wir können noch mit Shift auf. Musik ist trotzdem, du hast das Fahrlied reingemacht, ne? Ja, ich hab's nächste. Der, der, der stand ja Fahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt an links liegt oder, äh, weil ja, wie jetzt die Musik jetzt noch lauter. Ich mach mal schön leise. Kann man die abbauen überhaupt mit, mit Eisen? Du hast die Eisenblöcke? Ja, mit, mit Stein kann ich ja bauen. Ja, geil. Nice. Und was ist das? Das ist der neue Podest hier. Das ist der neue Podest hier. Das ist der neue Podest. Ja, genau, kann man, kann man als neues Podest nehmen. Ja, sieht sehr mystisch aus. So. Okay, Leute, ich bin mit meinen 20 dran. Tenchi, nur der Beacon geht, wenn der über Tag ist. Der Brunnen geht überall mit dem Coin. Ach so. Ich frag mich, wenn Kronk sowas machen würde mit Luck-Bring. Ne, der würde gar nicht mehr da kommen. Ja, äh, um hin zu tun. Oh, die kann ich nicht hinsetzen. Die kann ich nicht hinsetzen. Die kann ich nicht warten. Dann mach mal. Mach mal. Shit, ich hab keine. Kannst du mal hier noch zwei dran machen? Hier. Ich hab keine mehr einstecken. Ich brauch keine mehr. Hä? Da wird da hier liegen noch welche. Ich hab. Man muss ja erst wieder welche einsammeln. So, jetzt kann ich setzen. Okay, Leute. Was wird da rauskommen? Hm? Was hast du denn da? Hä? Ja, keine Ahnung. Sieht ein bisschen. Etwas schön aussehen. Ein bisschen komisch aus. Huh. Huh. Pfeiler, Bogen. Yay. Oh, das ist sehr nice. Was ist so ein Bogen? Normaler bloß. Danke für dein Follow. Platzart. Ja, voll langweinig. Normaler Bogen. Was soll ich mit normalen Bogen anfangen? Ich mach jetzt schon noch einen hin. Huch. Oh, mein Gott. Nummer zwei. Hä? Hä? Ist das ein Lucky Block? Das ist doch so ein Brunnenblock. So ein Brunnenblock. Oh. Okay. Ein Beacon bekommen. Ja, das ist ein Beacon. Hä? Du kannst es setzen und dann kannst du da... So, nächste Block. Der dritte. Geh mal ein bisschen weg hier. Oh. Was war? Bilder. Ich hab auch Bilder bekommen. Oh. Machst du an die Wand an die andere? Ja, ja. Na klar. Muss ja schön aussehen. Ganz klar. Das wird richtig cool hier. Ich krieg natürlich nur so kleine Mini-Bilder. Nein, aber jetzt haben wir einen Screenshoot gemacht. Egal. Wollte ich gar nicht. 30 FPS hab ich nur noch. 38. Let's go mit dem Block 4. Ich glaub, wir müssen ab und zu malen. Blumen. Oh, Blumen. Kann man die anpflanzen? Das geht ja doch. Hier ist ein bisschen... Muss schön sein. Schön. Ja, überall Blumen. Leider. Ich hab nicht mehr Dürr. So. Dann kommt jetzt mein Fünfter. Guck mal, mir kommt nur gutes Zeug raus. Den, 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 den. TNT, renn! Hier kommt nur gutes Zeug raus. Nur gutes Zeug. Alter. Schnell Licht machen. Ich hab keine Fackeln mehr. Alter. Bei mir ist es wieder grau. Ich blut schon wieder, ey. XP. Überall XP. Aber die Blumen haben es überlebt. Das ist das Wichtigste. Alle guten Dinge sind 5, ne? Ich werd's immer bei 4 immer belassen. Oh Gott. Ja, echt? Das ist immer der 5. Ja, kein Problem. Hey, der will ich aus frei. Nein, Helen ist draußen. Der Arsch. Na, egal, wenn er es unbedingt will. Okay, ich hab nur eine Treppe. Hast du abgezogen die 5? Nee, noch nicht. Warte, ich mach noch eine Treppe. Ja, nimm, 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 nimm. So, und dann ist hier unser neuer Podest. Wird schwer mit dem Kämpfen jetzt noch kämpfen. Oh Gott, ich bin bei 53. Oh shit, mein Stift ist die ganze Zeit offen. Ist nicht gut. 1, 2, 3, 4 und strich durch. 48 habe ich. Was wolltet ihr von mir? Scheiße. Was war ich mit den Blumen? Soll ich die, ich tu die ne Tue rein? Ich hab hier noch ein paar Blümchen übrig. Mal hier, Goldnacki, dass wir mal ein bisschen was reintun, was wichtig ist. So. Okay. Kann ich? Was ist denn mit unserem Villager? Wollen wir den? Ne, ne? Scheiß drauf. Lass ihn laufen hier. Nummer 1, Nummer 1. Aber die ganzen Bilder sind weggesprengt. Nein, wir hatten alles so schön gemacht. Oh, oh mein Gott. Was ist das? Ein Etin. Der hat nicht viel Leben. Den töd ich hier mit Pfeilen genüsslich. Ich hab schon Angst gekriegt, dass der irgendwie schwerer ist. Okay, okay. Etin. Easy, easy. Und ich hab Leder bekommen und Kohle von ihm. Und ein paar Pilze und so Zeug. Scheint so dunkel zu sein. Okay. Und ein Pfeil. Okay, das war Nummer 1. Na toll, jetzt geht das ja gut los. Ich will kein Etin mehr. Die Blumen, so schön. Ja, die sind schön. Ja, da habt ihr recht. Das TNT war sehr gut. Hier sieht es besser aus wie in der Base. Oh, noch ein. Was hat der Schönes? Was bietet der? Lucky Schaufel. Was wir dafür haben? 15 Diamanten. Halt, da ich wollte alle Diamanten. Sollte alle Diamanten verrückt? Was? Ja, das sind Weiber. Ich hab ne Donner. Und da ist ne Helen. Die wollen natürlich Diamanten. Okay, das geht's. Okay, Nummer 3. Oh, Pokébälle wieder. Pokébälle. Kann man damit Monsters spawnen oder was ist das? Ja, ja. Das ist Monsters spawnen, naja. Oh shit, wir bräuchten was zu essen. Ich lege die erst mal in die Kiste hier die Dinger. Hm, mein Hunger geht schon wieder runter. Hop, 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 hop. Hehehe, essen. Okay, Nummer 4 ist das jetzt, glaube ich. Okay. Oder 5? Ich weiß es gar nicht. Warte, das sind die 4, das 4 ist das. Oh, Bilder. Bilder. Mach mal gleich. Die 5. Bevor hier irgendwas explodiert, erst mal 5. Rüstung, Eisenrüstung. Was ist mit der Lederrüstung? Brauchst du die Lederrüstung noch? Brauchst du die noch? Du darfst gerne meine abgetragene Lederrüstung tragen. Ja, ja. Ey. Sie wenigstens. Oh, oh. What? Was? Irgendwas mit Wurzeln. Irgendwas mit Wurzeln. Oh mein Gott. Bitte? Noch was mit Wurzeln. Root, Riot ist doch Root. Root ist doch Wurzel. Wurzel. Ja. Wurzel Chaos. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht irgendwie Wurzeln aus dem Boden, aber. Hm. Nichts passiert. Weiter geht's. Warte, Moment. Ich mach grad Bilder an die Wand. Okay, das schon wieder 5, 2. Irgendwie kommt das gleiche Bild raus. Schon wieder 5, 1, 2, 3, 4 und den Strich durch. Du haste 1, 2, 3, 4, 25 hast du. Alter, ich bin auch, ich bin jetzt auch erst bei 20, ne? Das ist so toll. Aber wir haben echt, es passiert nichts. Bist du bereit? Ja, ja. Oh, was ist das? Was war das? Weiß ich nicht. Irgendwas. Eine Horse Armor wahrscheinlich wieder. Ja, Diamant Horse Armor, Alter. Ich brauch ein Pferd, Mann. Alter, ich brauch ein Pferd. Ich hab, äh, ne Iron Horse Armor. Äh, ich brauch ein Pferd. Wir haben nicht überhaupt Pferd, ey. Ja, hol mich mir noch. Nummer 2. Höh, höh. Hä? Oh, fress ihn, fress ihn. Oh, dein Fresspaket. Ja, leckeres. Das war nicht immer noch aus, aus der Schule, wenn wir, äh, unterwegs gegangen sind. Da gab's halt immer so Fresspakete. Nummer 3. Oh, Schuhe, Stahlschuhe, ne Eisenschuhe, oder was war das? Diamant, glaube ich. Lucky Boots, Alter. Protection 4. Fire Protection 4. Blast Protection 1. Unbreaking 1. Höh, höh, höh. Oder hast du mir nicht das Leder gegeben? Dann muss ich das mal anziehen. Wenn ich sicher bin. Was? Ihr könntet die Kisten hinter ne Mauer machen. In einen extra Raum. Nee, wir können hier einen extra Raum draus machen. Das ist eine gute Idee. Wo machen wir hier eine Doppelmauer? Äh, ich hab jetzt, äh, drei hab ich aufgemacht. Warte, äh, lass mich noch den, äh, die Security, ja, da machen wir da eine Tür oder sowas rein hier. Das ist eine sehr gute Idee. Ich will ein anderes Lied haben. Die ist ja kaputt hier, die Schallplatte, so ein bisschen die kaputt aus. Geht die trotzdem. Hast du die schon rausgenommen, die Schallplatte? Ja. Okay. Hä, wie geht man, wie macht man die rein? Einfach rechts drücken? Nee. Ah, dann ist die wahrscheinlich kaputt. Ja, die ist kaputt. Shit! Kaputte Schallplatten, ey. Okay, dann machen wir das so. Äh, so. So, so, ey, danke für deinen Follow, Last Dragon, oder Last Dragon, Last Dragon. Das war ein Braupaket, ach so, zum Braulen war das. Ich hab keine, keine Steine mehr, kannst du das noch zumachen, bitte? Ja, da oben ist noch ein Kopf, der Kopf muss weg. So. Doppelwand, ey, das ist jetzt richtig sicher. Nee. Keiner kommt durch Cobblestone durch. So. Komm, ist die Tengi. Ja, ich weiß, ich muss ja noch zwei machen. Theoretisch müssen wir jetzt hier noch so eine, so eine Fenster reinmachen und da können wir von der anderen Seite zugucken, wie der andere die Blöcke öffnet. Häää! Oh, die haben ein Schwert! Häää! Oh, du Sack! Ein Lucky Swart schon wieder, schon wieder so ein geiles Ding. Schaden ist. Die Musik, die Musik, die Musik klein ist so leiser. Schaden ist 4, Smite 5, Alter, ich bin so ein Lucky Schwein, Lucky Schwein, Lucky Schwein. Die ist glaube ich auch nicht, äh, leiser geworden. Okay. Mein letztes. Und, Tengi? Häää! Häää! Alter, ich mach dich tot! Ich mach dich tot! Oh, ein fetten Slime, ey. Aber wenn der jetzt tot ist, kommt glaube ich kleine raus, oder? Ja. Aua! Hab mich erwischt. Egal. Ich hab super Rüstung an. Aua, aua! Weil das hier am Antschwert macht auch kein Damage. Da musst du auch was anderes nehmen. Die Schaufel, Axt vielleicht, ich weiß es nicht, ne Hacke. Ach, die Hacke! Ja, ja, die Hacke macht mehr. Äh, später, ich bin Sacken. Dann sieht man mal, das bringt nicht viel, die am Antschwert zu haben. Das ist keine kleine raus. Meine Hacke ist gleich weg, rennt da noch eine. Meine macht keinen Schaden mehr. Aua! Ja, pass auf. War auch kein Schaden mehr, was hier los. Jetzt ist er los. Da kommt die nächste. Oh Gott, ich nehme halt einfach das Schwert raus. Was für ein fucking geiler Kampf. Sechs schaden mit dem Schwert. Richtig mal. Okay. Na, kommt sein Schwert sogar. Okay, 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 okay. Was für die kleinen, ganz viele kleine. Süß, süß! Oh, wie süß sind die denn? Wie kleine, wie kleine Babys. Babys töten. Kleine Babys, lecker. Lecker Babys. Wir haben die aber sehr was reingelassen. Slime Bowl, Magma Cream. Und Schleimköpfe. So, die kommen hier an die Wand. Das war mein fünfter, ey. Boah, jetzt habe ich schon 25 von 48 aufgemacht. Leute, Leute, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch in den Krieg. Alter, das kann das schon gedauern hier. Nur mit Blöcke aufmachen. Scheiße. Euer Fenster wollte ich doch machen. Ich esse mal ein bisschen was vom Kuchen, Kenji. Dankeschön. Das war's. Eww. Bum!